Hey einherzathlet und willkommen zu dieser Videolektion. In dieser Videolektion geht es jetzt immer noch um das Thema Zielsetzung. Du hast hoffentlich die Übung umgesetzt vom letzten Video. Wenn nicht, geh jetzt zurück und setz es um. Wenn du das Video nur anschaust, das nicht umsetzt, kann ich dir nicht helfen. Es wird sonst nicht klappen. Wenn du es umgesetzt hast, prima, jetzt geht es weiter und zwar mit dem nächsten Schritt. Und der geht so. Du nimmst die Ziele jetzt und machst sie zehnmal größer. Das hat drei Vorteile. Der erste Vorteil, du wirst mehr Motivation haben. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr realistische Ziele hast, wirst du niemals die Motivation haben, das Ganze umzusetzen. Kein Mensch der Welt ist motiviert, wenn er sich vorgenommen hat, ein Kilogramm abzunehmen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Dafür gehe ich nicht ins Fitnessstudio. Dafür verzichte ich nicht auf die Partys am Wochenende. Dafür esse ich nicht so viel Fleisch oder so viel Eiweiß. Dafür mache ich nicht dieses Workout und schwitze so viel und tue mir das Ganze überhaupt an. Dafür mache ich das nicht. Aber wenn ich weiß, ich habe meinen Traumkörper, ich habe meinen absoluten Traumbot, ich sehe aus wie Schwarzenegger, ich bin richtig zufrieden, ich bin diszipliniert wie ein Navy SEAL, ich liebe mich, wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich bin richtig motiviert. Andere sagen, wie hast du das nun geschafft? Wie bist du so krass geworden? Gib mir einen Tipp. Dann bin ich motiviert. Keiner ist motiviert, wenn er sich sagt, ich will zehn Euro mehr Taschengeld verdienen mit meinem Business, was ich aufmache. Wieso zur Hölle sollte ich dann die ganze Nacht durcharbeiten? Lange Nächte am Schreibtisch verbringen? Wieso zur Hölle sollte ich dann am Wochenende durcharbeiten? Wieso zur Hölle sollte ich dann dieses Risiko überhaupt auf mich nehmen? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du zum Beispiel eine Maus hast und eine Katze und die Katze hat ganz, ganz, ganz wenig Käse. Die Katze hat irgendwie nur so ein Gramm Käse. Wieso zur Hölle sollte die Maus sich da reintrauen und den Käse sich holen? Wenn die Katze aber eine Tonne Käse hat, dann traut sich die Maus da auch mal in das Zimmer reinzugehen und was zu stibitzen. Warum? Die Motivation ist viel größer. Bedeutet, wenn du zum Beispiel ein sehr großes Ziel hast, wirst du automatisch mehr Motivation haben. Und wenn du ein kleines Ziel hast, ist das mega leicht, das aufzugeben. Ach, wenn ich die zehn Euro Taschengeld mit dem Geschäft verliere nebenbei, juckt es mich nicht, gebe ich auf. Ach, wenn ich die ein Kilogramm nicht abnehme, ist auch nicht so schlimm. Aber ein großes Ziel ist es, viel schwieriger aufzugeben. Deswegen musst du groß denken, weil das Problem ist folgendes, es ist genauso anstrengend, klein zu denken, wie groß zu denken. Es ist sogar viel einfacher, groß zu denken und große Dinge zu tun, als kleine Dinge zu tun. Zum Beispiel vielleicht einen 100 Millionen Euro Kredit zu bekommen für eine Immobile, als einen 100.000 Euro Kredit. Und auch wenn du die Immobile dann dir holst, das ist derselbe Tag, selbe Notar, selbe Unterschrift, warum dann nicht gleich groß. Wenn ich einen Film mache, zum Beispiel James-Bond-Film drehe, dann sage ich auch nicht, ich will, dass der Film durchschnittlich wird. Stell dir mal das vor, aber im Kino steht, hier sehen Sie einen super durchschnittlichen Film. Keiner will diesen Film schauen. Das muss ein überragender Film sein. Das ist das, was ich sehen möchte. Also nachdem du jetzt weißt, warum dieser 10x-Gedanke sehr wichtig ist, um motiviert zu werden, sollst du jetzt den zweiten Teil der Übung beachten. Und zwar nicht nur zehnmal größer denken, sondern auch zehnmal mehr tun. Und du sollst jetzt zehnmal mehr Kraft, Zeit, Geld und Energie in deine Ziele investieren, um diese auch ganz sicher zu erreichen. Weil der einzige Grund, warum du bisher deine Ziele nicht erreicht hast, du hast zu wenig getan. Denn es gibt eine Regel, die besagt, du musst immer zehnmal mehr tun, als du eigentlich glaubst, um dein Ziel zu erreichen. Als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich gedacht, ich muss zehn Videos machen und auf einmal klappt es. Im Endeffekt habe ich dann zehn Videos gemacht und ich hatte zwei Abonnenten, ein Fake-Account von mir und ein Abo von meiner Mami. Und das war das Einzige, was funktioniert hat und mehr nicht. Dann habe ich 90 weitere Videos hochgeladen und dann habe ich circa 8000 Abos geknackt. Das bedeutet, ich war naiv und habe gedacht, ich muss nur zehn Videos machen und es klappt. Hat aber nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann 90 weitere Videos gemacht und dann hat es funktioniert. Das heißt, du musst immer zehnmal mehr tun, als du eigentlich glaubst, um ein Ziel zu erreichen. Denk mal an irgendein Ziel, was du bisher erreicht hast. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du den Aufwand massiv unterschätzt hast. Und Erfolg oder auch Zielerreichung hat sehr viel mit Statistik zu tun. Wenn du zum Beispiel Essen lang genug gegen eine Wand wirfst, bleibt irgendwann was kleben. Du musst einfach nur sehr viel machen, sehr viel Einsatz geben, sehr viel Energie investieren. Dann wirst du auch deine Ziele erreichen. Wenn du nicht zehnmal mehr machst, wirst du auch von jeder Kleinigkeit sofort aus der Bahn geworfen. Wenn du nur 10.000 Euro gespart hast und selbstständig bist und irgendjemand verklagt dich, kannst du nicht mal die Gerichtskosten übernehmen und gehst vielleicht gleich bankrott. Wenn du in der Beziehung immer nur so ein bisschen was investiert hast, wird dich jeder Streit aus der Bahn werfen. Wenn du aber immer zehnmal mehr gemacht hast, hast du so viel vorgesorgt, so viel schon investiert, dass der Streit gar nicht so schlimm ist. Wenn du zum Beispiel nie etwas an einem Haus gemacht hast, immer nur ein bisschen was investiert hast, kommt irgendwann eine Reparatur und das wird sehr teuer für dich sein, weil du eben die ganze Zeit nur ein bisschen was investiert hast. Bedeutet, du musst immer zehnmal mehr tun, als du eigentlich glaubst, um ein Ziel zu erreichen. Und dann wirst du auch mit Sicherheit diese Ziele umsetzen. Also Schritt 1, zehnmal größer denken, Schritt 2, zehnmal mehr tun und dann wirst du es schaffen. Und es geht auch nicht so sehr darum, die Ziele realistisch zu erreichen, sondern es geht eher darum, dich zu fragen, zu welcher Person müsste ich werden, um solche Ziele zu erreichen. Und jetzt möchte ich also, dass du im Schritt 2 die Ziele, die du gerade gesetzt hast, zehnmal größer machst. Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ich möchte 5 Kilogramm abnehmen, also logischerweise nicht sagen, ich möchte 50 Kilogramm abnehmen, aber was du machen kannst, ist zu sagen, okay, wie kann ich das Ziel spannender machen. Ich möchte vielleicht nicht nur 5 Kilogramm abnehmen, sondern ich will aussehen wie Sophia Thiel oder wie Arnold Schwarzenegger oder was weiß ich, dass es einfach spannender ist. Oder ich will so diszipliniert sein wie ein Navy Seal. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem schönen Zitat und zwar Wenn dir deine Träume keine Angst machen, sind sie zu klein von Richard Branson und noch ein anderes Zitat von W. Clement Stone Ziel auf den Mond, wenn du den verpasst, triffst du vielleicht einen Stern. Bedeutet, wenn du jetzt dir gesagt hast, ich will 10 Millionen Euro verdienen, selbst wenn du nur eine Million Euro verdienst, ist es immer noch nicht schlecht. Selbst wenn du nur ein bisschen was von dem Riesenziel erreichst, ist es immer noch cool. Das heißt, selbst wenn du einfach nur ein Fragment von dem großen Ziel erreichst, hast du immer noch mehr erreicht, als wenn du diese kleinen, realistischen, langweiligen Ziele dir gesetzt hättest. Viel Erfolg bei der Übung und viel Erfolg beim Ausfüllen des Arbeitsplatzes. Wir sehen uns dann in der nächsten Lektion.